Da oben. Der ist Wony, tot, hab dauernd. Der ist auch tot, hab ich... Oh mein Gott, hab ich... Nein, nicht dein Ernst. Oh mein Gott... Da, er läuft rein, er ist tot. Er ist One-Shot. Wony, Wony! Gedaunt. Ah, ich bin an ihm vorbei gerufen. Aber er ist auch... Jo, was geht ab, ihr Arams? Wieder ein neues Gameplay am Start. Wir spielen hier Wondel zu viert. Hat sehr, sehr Spaß gemacht, die Runde. Sehr, sehr coole Runde auch gewesen. Die Gegner waren jetzt nicht so gut. Aber trotzdem war es eine geile Runde. Und was wir hier spielen, ist die MTZ-762. Die Waffe war schon mal OP. Dann haben sie sie verschlechtert. Und jetzt gab's einen Bug. Und durch das Bug kann man 40 Mac hier raus annehmen. Normalerweise geht das nicht. Hier sitzt hier ein Schloss. Aber wie man das Ganze macht, ist, man nimmt ein Conversion-Kit hier. Das hier und nimmt... Mit dem kann man die 40 Magazine auswählen. Dann geht man in eine Runde rein. Und tut dann in der Runde einfach das Conversion-Kit wieder raus. Ja, also mit 4-Hack oder mit R. Und dann kann man hier wieder die Waffe zusammenbauen, wie man sie will. So spiele ich die ganze Waffe hier. Ich zeige euch das mal. Und sehr, sehr gute Waffe immer noch zu spielen, muss ich sagen. Ähm, genau. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr das schon gesehen habt. Wahrscheinlich, einige haben das schon hochgeladen. Aber ich war jetzt nicht zu Hause und jetzt habe ich es auch geschafft. Wir sind ja auch wieder zu Hause. Sie sieht das. Und wir streamen jetzt auch wieder täglich. Schaut's gerne vorbei, wenn ihr mitspielen wollt, wenn ihr lachen wollt, wenn ihr euch unterhalten wollt. Und wir streamen auch parallel auf TikTok und auf YouTube. Also schaut einfach auf irgendeinen Kanal vorbei. Wir freuen uns. War mein erstes Stream auf TikTok. War da aber ganz cool. Es sind einige neue dazugekommen. Ähm, und jetzt viel Spaß beim Gameplay. Heid! Let's go. Äh, Markit, ja, da ist gut. Auf Markit? Ja, ja, da ist immer... Moll ist markiert. Ah, Moll, Moll, Entschuldigung. Moll. Kannst du am schnellsten looten. Kriegst am schnellsten Geld. Vierer. Oh, jetzt kommt auch noch dieser beschissene Teil, was du nicht mal siehst. Wie heißt das? Ist hier jemand? Er schießt schon auf jemand. Ah, da, da, da. Er ist hier. Da. Er ist One-Shot. 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 Ach komm, Bruder, wer bist du mit deinem Baum-Scan? Wer bist du? Hast du ihn? Ja, ja, natürlich habe ich ihn. Und dein Team ist beim Shop dort. Siehst du ja? Beim Shop? Ja. Da oben. Da. Er ist hier. Hat er? Hat er? Hat er? Hat er? Ich wusste nicht, ob er den schafft. Weil der ganze Zeit... Das ist schon genug Geld, ne? Ja. 12,5 oder wie viel brauchen wir? Gute Frage. Ich glaube, der hat 12,5 glaube ich. So. Da reicht schon. Reicht schon! Komm. Nimm doch, Mann! Welche pushen wir denn? Meistens kämpfen, feiten die... Oder, äh, Kirche. Kirche oder rechts von uns ist immer. Mhm. Dann geh mal richtig zur Kirche. Da vorne ist jemand. Auf der gleichen Ebene auch, hier. Ah, Kirche oben. Kirche oben. Warte. Ich werde von innen angehoben. Ah, oben Kirche. Ja, warte. Ich hab keine Platz. Ich bin Kirche. Ja, warte. Der ist tot. Wo ist der andere? Ja. Unter uns, unter uns, unter uns ist einer. Wo ist er? Hier. 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 Tot habe ich. Da ist noch einer. Einer muss schießen. Alles gut. Und der andere holt sich hoch. Der ist auch tot. Sehr schön. Ich muss so kurz sprechen. Das war so geil. Ich gehe so in die Ecke und du bist auf einmal bei mir. Ja, ja. Ich muss so kurz... Hier kann man mitnehmen. Warte mal. Nimm das mit. Sind noch welche hier? Ja, hier sind noch Gegner, glaube ich. Gegner, Gegner. Ja, bei dem Teamate. Ja, da. Und die hat. Sonst kann man hinter uns. Wir können sonst da vorlaufen, wo der Blaue ist. Lass uns dahin gehen. Da sind einige. Auf dem Dach, auf dem Dach. Auf dem, okay. Auf dem Dach, Anna. Let's go. Geh mal hoch. Let's go, die Gina. Wie geht es dir? So. nichts hier landet einer der ist tot bei team hinter uns noch einer unter mir er kommt hoch wahrscheinlich hatte was macht er denn ein stück auf mir kommt kommt hatte haben die mich ja okay was gibt es hier noch hinter uns hinter uns hier bei mir jetzt von überall angeschaut ja und wo sagt man da unten bei ihm und bei einem treppenhaus sind ja schon er hat schon wussten da noch gegner was war das bist du gerade gelandet hier sind aber noch mehr glaube ich ja er ist tot bei mir bei mir bei mir bei mir hier bei mir kurz mein stuff einsammeln der ist hier drinnen hier wo ist er da ist irgendwo wo bist du aber ich bin an ihm vorbeigerufen aber ist auch bruder er schmeißt doch bevor er stirbt maria so eine scheiße hin schau mal wie kann man das machen wie geht das what the fuck hier landet einer erwarte beim er ist so alle schon mal ist unter uns und hier drinnen hier drinnen bei mir bei mir bei mir ich habe zwei gedauert ich habe zwei gedauert aber die holen sich wieder ja sehr schön und da ist noch einer hier rechts rechts oder was macht er sehr schön andere seite draußen er läuft rein läuft rein hier bei mir bei mir er läuft hier da ist auch tot alles gut haben wer 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 noch richtung kirche da oben können wir pushen die die sind da oben hinter mir hinter mir oben bei dir da irgendwo hier aber wir können sonst hier reingehen komm hier rein und nein nicht dein ernst oh mein gott maria was war das so unten unten beim kirche unten unter uns so laut hier muss jemand sein ja ja da war ich irgendwo ich würde gerne shop gehen kurz drohnen kaufen warte drohnen raus jetzt oh mein gott schon wie viele leute hier drinnen seiner er wusste das ausgestiegen hier bei mir bei mir sind welche sie oh mein gott sind hier viele auf dem dach ja sie sind hochgelaufen man hört sie hat er nicht abgedauert er ist tot einer staut pass auf es mehrere ganz finischen sehr schön und überall noch mehr als noch mehr muss kurz pläten es sind so viele es sind so viele wir können sie aber alles erholen warte da hatte wir pushen sie über die feiten gegenseitig einfach hingehen wenn sie gegenseitig push da sehr schön und noch mehr als noch mehr pläte ich bin da unter dir also treppe da vorne und da vorne davon markiert habe da er läuft rein er ist tot er ist tot er ist tot den kann man auch finden da ist auch einer kommen beide tot beide getötet wie sie sie was nimmt ihr teilen noch mit wenn du brauchst wir haben aber eigentlich alles shop drohne wir halt geil lassen richtung shop rotieren ist am besten was zu den jungs sehen die brauchen hilfe ja ja okay dann geht man warte ich will nur kurz shop drohne kaufen kauft du auch noch jungs ich hoffe nur kurz drohne so über uns ist jemand über uns ist jemand über uns ist jemand warte wo ist er einer ist hier oben drauf an er ist gar nicht mehr okay wir brauchen nicht vergeben wir rüber kommt rechts ist einer unten ist bei dir einer unten hat mich warte da hatte ich nicht da ist los du bist da ich hieß noch einer hier der ist auch tot habe ich so kurz ja 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 beide drohne kaufen noch kurz gegner landet hier ja ich kaufe kurz noch eine drohne immer drohne spielen schau so bei euch bei euch bei neben dir irgendwo genau der sehr schön gespielt ja rechts rechts und bei den lilanen sie zudem beim painkiller da ist rechts seiner genau nie bei ihm warte wir helfen ihm der ist hier auch irgendwo das nie bei ihm der ist hier unten da der ist auch tot der ist dann hier oben können wir pushen wenn du magst easy kommt deswegen auf drohne spielen wir gehen jetzt hier hoch schau nein 1 zurück hier rein hier hoch hier hoch ich hänge überall rato was geht ich höre irgendwas warte mal sind die schon drin wo sind die sind hier rüber ja da vorne bot und wo ist der andere teammate rechts von uns rechts von uns da ist one shot da ist one shot hier hier schießt einfach wenn er hoch geht es der tod zeigt ich hier zeigte ich ja und gegenüber ist noch einer da da ist auch one shot gut da der liegt einfach hier warte wo ist hin der typ hier ja und gegenüber ist sein teammate da ist er gedauert wer liegt da was warte ich gehe hoch ich bin runter hier oben er hat ihn hat ihn der pink latin 17 warte mal shop wo ist ein shop kurz wie drohne das mag ich bringen gehen wir beide gehen wir über jetzt kommt eine drohung und jetzt kann ich call das nur zwischendurch hin du ja ja wenn die was sagen ich hörte es nicht hier oben um markier mal immer auf ok beim beim kirche oder sehr schön ich bin da hier kommen da landet einer kauf sonst drohne nach warte ich habe keinen geld hat sich auf links und andere seit richtung hier drohne da ist noch eine drohne über uns ist einer da oben ist einer hier warte ich muss stehen jetzt ist auf der straße oder wo ist er hier drin sind hier drinnen wo ist er hier der ist ach der keine ahnung was er macht der ist auch tot wo war noch gegner von hinten kommt von haus na oben 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 siehst du das oben links von uns hier wo ist denn der hier muss einer sein war der drohne raus ach der ist rechts rüber wo ist denn der alte sind so viele noch aber da unten da ist da liegt einer hatte ich wohl ihn das war nie das war nie das fucking war nie was ich ihn angeschossen habe warte ich komme zu dir ich komme zu dir ja ja ich komme zu dir ist ein sniper ich komme zu dir wo ist er ich komme noch eine drohne schnell warte nein nicht das kaufen das kaufen so drohne raus bei dir sind noch ein paar bei dem auto muss noch einer seiner erinn hier vorne oh mein gott habe ich bei mir einer gedauert und rechts davon ist doch einer der liegt hier der holt sich jetzt hoch hier ja alles gut und rechts von uns rechts kommt der sport als gut haben wir und rechts ist noch einer davon die andere seite erinnert und sind uns ja ja hier drin hier ja der ist tot 20 kills was ging kurz mal auf drohne immer drohnen spielen davon landet jemand schau siehst du den da oben so drohne raus oh mein gott da kommen wie viel kommen 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 hier nein ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche aber sind voll die boards das schaffst du schon bist du wieder da scheiße nein man genau in dem augenblick kommst du wieder okay warte ich muss die aktiviert warte wir machen das so jetzt kommst du jetzt kommst du wieder bei 22 kills wo sind die wo sind die wo sind die hat jemand beim ender bei meinem dach ada ok da ihr seht er gut hat die bewegen beide gedauert warte kannst du dahin sind ins oh mein gott hinter uns oben auf dem dach bei uns ich muss eben meine waffen auf dem dach bei uns sind noch zwei kirche ja warte ich ja ja wenn er runterkommt er wird jetzt gleich sterben warte wie viele waren es ich habe nur eingesehen aber ich warte ich kann nicht kaufen die meine sekunde wussten der shop hier da kannst du wieder kommen jetzt kommt er gleich runter wo ist er da der ist tot bei habe ich 26 jetzt kommt 30 muss rein da links landet bei mir doch rein hier links war jemand da vorne achte es steht afk da scheiß auf ihr bruder was sollte irgendwas rausgehen da liegt überall hier hier bei mir bei mir drinnen man hat das ja ja man hört es hier man hört hier drin gegner überall über uns glaube ich ich will die eigentlich nicht da oben pushen das ist somatic hinter mir hinter mir oh mein gott ist ein bord alles gut habe ich habe ich will noch die 30 jetzt machen muss sein aber die gegner waren jetzt nicht so gut aber trotzdem da hier hier gedauert da liegt da links wo ich markierter da holt sich wahrscheinlich wieder okay das gefinisht abc wo noch auf der anderen seite hier 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 bei mir eingedauert im wasser im wasser sind die bei mir ich dachte sei es doch da zu dritt oh mein gott unnötig gestorben man so ein beschissener baum alter die künstler verkaufen der wer shop noch im wasser shop fährt nur weg habt ihr diesen anderen typen im wasser getötet so ein bord alter 29 jetzt lasst mich den letzten machen bitte wo ist denn der letzte hier ist er ist unter dir sag ich mal das sollte nicht töten er wird ihn töten wahrscheinlich ja ich habe gesagt wartet doch an